Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Willkommen in Alpha. Der Stadt der tausend Planeten. Wo seit hunderten von Jahren jede Spezies ihr Wissen und ihre Intelligenz mit den anderen teilt. Es ist das Paradies. Unfassbar. Nach Jahrhunderten des Friedens und des Wohlstands will eine unbekannte Macht alles zerstören, was wir geschaffen haben. Agenten Valerian und Laurelyn, sie haben weniger als zehn Stunden, die Bedrohung abzuwehren. Dann mal an die Arbeit. Das ganze Universum ist hinter uns her. Wir brauchen euch beide als Wächter unserer Zukunft. Weißt du auch, was du da tust? Valerian, vertrau mir. Wie viel Zeit bleibt noch? Unser Schicksal liegt in euren Händen. Ich habe ihm gezeigt, wie es geht. Altyazen Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.